Jeden Tag stehlen sie dein Leben. Wir nennen sie Schatten. Unser Job ist es, sie wieder zurückzustellen. In die dunkle Welt. Weißt du, was der Mensch nach den ersten 1000 Jahren gelernt hat? Geduldig. Das, wonach ich jahrhundertelang gestrebt habe, ist zum Greifen nahe. Nur sie kann das Portal für immer schließen. Die dunklen Nächte werden immer stärker. Die Zeit wird kommen. Und nur sie ist imstande, sie aufzuhalten. Bist du eine Hexe? Sowas ähnlich. Du bist die Auserwählte. Du siehst das, was andere nicht sehen können. Ich entlasse die Schatten aus der dunklen Welt. Und dann werden sie meine Diener sein. Hab keine Angst, ich bin auf deiner Seite. Du sollst wissen, dass ich unendlich glücklich bin, seitdem wir uns begegnet sind. Ist er dir so wichtig? Es wird kein Gleichgewicht mehr geben. Das hat du es nicht! Ich hoffe, es geht auch ohne Zerstörung. Ist er richtig cool?